Der Grundgedanke bei Klemmbausteinen war ja ursprünglich mal, dass man da ganz viele verschiedene Sachen rausbauen kann, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio, diesmal mit neuen Sets der Firma Cuman. Ich habe hier drei, die ich euch zeigen will, eins davon werden wir gleich zusammen ausprobieren. Und zwar sind das die drei neuen Sets hier aus der Unlimited Ideas Serie, das sind 3 in 1 Sets, ich hatte euch ja hier die erste Serie von schon vorgestellt, da war hier der Dino mein Lieblingsset raus, da kann man hier so ein Dino raus und zwei Geländewagen rausbauen, eine Menge Spaß gemacht, liegt bei 18,99 und jetzt gibt es drei neue Sets aus dieser Serie, die sich übrigens recht großer Beliebtheit erfreut, was ich auch gut verstehen kann, weil das ist eigentlich das, hat ja Lego auch im Programm, diese 3 in 1 Set, was dem Grundgedanken der Klemmbausteine am nächsten kommt, das heißt, man hat einen Haufen Steine und kann da verschiedenste Sachen rausbauen, ja, und da geben die dann halt drei Sachen vor, aber man kann natürlich auch noch jede Menge andere Sachen rausbauen und das ist bei diesen Sets halt auch der Fall. Ja und die neuen Sets, ich zeige es euch mal gerade, haben jetzt einen fünfstelligen Nummernkreis, Cuman stellt da langsam um von hier den vierstelligen auf die fünfstelligen Nummernkreise, das wirkliche System dahinter hat sich mir noch nicht erschlossen, vielleicht kommt das mit der Zeit noch, hier haben wir das erste Set für 9,99 Euro, da kann man entweder einen Zug, eine Dampfwalze oder ein Motorrad rausbauen und dann das mittlere Set hier aus dieser Serie und das ist auch mal wieder mein Liebling hier, auch 18,99 Euro, da kann man hier einen Supersportwagen, einen Rennwagen oder so ein Battle-Mac rausbauen, ja und das Topset diesmal hier für 36,99 Euro ist hier ein großer Hubschrauber oder ein Kampfjet oder ein Drache, der Drache passt bei Ninjago mit bei und die anderen beiden Sachen eigentlich auch für alle möglichen Spielwelten. Heute vorstellen möchte ich euch oder mit euch zusammen bauen hier dieses hier, weil das auch relativ gut vergleichbar ist, zum Beispiel in Richtung Lego geschielt, weil der Königseck von Lego hat zufälligerweise eine gewisse Ähnlichkeit aus der Speed Champions Serie, hat natürlich hiermit nichts zu tun, der hier heißt nämlich Speed King, also ist weder ein Königseck noch ist es ein Speed Champion, aber ist eine 8er Breite, wir haben in diesem Set 428 Teile, damit rund 140 Teile mehr als das bei dem Speed Champion Königseck von Lego der Fall ist, preislich tun die sich nix. 1899 Liste, 1999 der Königseck, den kriegt man ja immer mit ein bisschen Prozente, also das tut sich nicht wirklich was. Von daher werden wir uns jetzt hier mal dieses Set anschauen, da sagt hinten drauf dann nochmal die anderen Sets, die es da so von gibt. Ich mag ja halt überhaupt diese Speed Champions-like Autos sehr gerne, von daher bietet sich dieses Set hier an. Leider sind die Sets hier verklebt, was man muss, die wirklich mit einem Messer öffnen, sonst zerstört man den Karton, schon Platz schaffen hier. Ich persönlich bin ja ein Freund von Tesafilmen oder ähnlichen Klebstreifen, das geht ein bisschen unkomplizierter. So, wenn man es rauszieht, gute zwei Drittel voll, das ist sogar nicht ganz Kundenverarsche. Das ist halbwegs okay. Ja, ein bisschen kleiner ging es wahrscheinlich schon. Ich hoffe, dass da auch ein Umdenken bei den Herstellern in nächster Zeit mal kommt. Ich meine, wir alle sehen rund um uns, was mit der Welt passiert. Ein bisschen kleinere Verpackungen würden im Endeffekt dann auf Dauer auch die Transportvolumen ein bisschen einschrumpfen, es würde Kosten sparen und auch die Umwelt schonen. Na ja, schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gedruckte Bauanleitung für alle drei Varianten, so wie ich das hier gerade so sehe. Ja, also hier haben wir den Supersportwagen, dann haben wir hier den Battle Mag und im hinteren Bereich dann den Rennwagen. Also es ist wirklich so, da braucht man nichts runterladen, es ist alles in gedruckter Form dabei. Wir schauen uns gleich die Bauanleitung an sich nochmal an. Dann haben wir hier drei Tüten mit Bauelementen, keine Minifigur, deswegen konnten wir die momentan einführen hier. Ist ja eine Neuheit, die gibt es noch nicht allzu lange bei Cuman. Wir haben sie jetzt auch im Programm. Werden halt auch Richtung Weihnachtsgeschäft allerdings auch wieder Sets für Jungs. Ja, jetzt schreien wir da welche auf. Das ist ja nicht nur für Jungs. Also Feuerwehr, Polizei und sowas wird wieder reinkommen mit überarbeiteten Figuren, mit denen es dann hoffentlich keine Probleme mit Lego gibt. Werde ich die Tage noch ein Video zu machen. Was da so Stand ist, mal wieder eine Wasserstandsmeldung raushauen auch bezüglich der Spendenaktion und was da jetzt produziert worden ist und was da so in nächster Zeit dann reinkommt. Aber jetzt hier wieder zurück zu dem Set. Ich würde sagen, wir switchen jetzt mal die Kamera, gucken uns das Ganze hier an, packen das auf unsere Tellerchen und fangen einfach mal anzubauen. So, da haben wir jetzt unsere Tüten liegen. Eins, zwei, drei. Und hier für die erste Bauvariante ist dann diese Tütennummerierung auch passend. Hinterher nicht mehr. Also die gehen davon aus, dass wir erst den hier bauen, dann den hier und dann den hier. Hier bei den beiden muss man ja dann den einmal wieder quasi zerlegen und dann hat man eh keine Tütensortierung mehr. Von daher für das erste ist es sortiert. Danach Freestyle. Dann haben wir hier einen recht umfangreichen Aufkleberbogen, der halt für alle drei Sets wohl sein soll. Problem, was mir jemand geschrieben hat, ist bei diesem Set, dass hier teilweise Aufkleber auf einen Stein drauf kommen, der an einer anderen Stelle dann bei einem Alternativ Modell gebaut wird und da ohne Aufkleber ist. Da muss man wieder abknibbeln. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, aber gut, Aufkleber sind ja eh so eine Sache. Obwohl hier dann ja wieder zu sehen ist, dass Aufkleber manchmal doch Sinn machen können. Sonst würde das Ganze den Preis nur in die Höhe treiben, wenn das hier mit Drucken wäre, die man für eins von drei nur braucht. Ja, wie man sieht. Also ich bin hin und her gerissen, ob ich hier überhaupt die Aufkleber nutzen soll. Aber ja gut, um es euch zu zeigen, werde ich sie drauf machen. Aber das kann ja jeder für sich dann entscheiden. Bauanleitung. Ja, human-typisch hier wieder. Das, was gebaut ist, wird in Vollfarbe dargestellt. Das, was schon gebaut ist, leicht entsättigt, sodass man sehr gut und sehr genau sieht, was, wo, wie gerade gebaut wird. Einzige Problem bei dieser Art von Bauanleitung ist, die Grautöne und Schwarztöne, die werden untereinander so ein bisschen schwierig teilweise dann auseinanderzuhalten, weil das Dark Grey entsättigt auf einmal wie Light Grey aussieht. Ja, da muss man ein bisschen drauf achten. Wenn man das aber weiß, lässt es sich wirklich sehr gut danach bauen. Ja, ansonsten guter, hochwertiger, gut zu erkennender Druck. Kann man sowohl hier als geschlossenes Auto als auch hier als Cabrio fahren, wie einem danach ist. Was ich interessant finde, ist, dass das Auto hier schon fast besser nach Königseck aussieht, als der Königseck von Lego. Ja, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Aber ist kein Königseck. Ist ein Speed King. So, in der ersten Tüte waren nochmal zwei kleine Tüten drin, die wir hier auf den Tellern drauf haben. Hier die Basis, auf der das Ganze dann hinterher aufbaut. So, und ich würde mal sagen, wir legen einfach los und schauen mal, wohin uns das Ganze hier bringt. Ja, gleich hier auf der ersten Seite der Bauanleitung haben wir auch schon gleich zwei Bruchsteine, die wir verbauen. Super cool. Was ich ja nicht ganz verstehe, es gibt ja verschiedenste Hersteller, die die verwenden. Ob das jetzt Kobi ist oder Cuman, Sembo hat sie teilweise wohl auch ein Programm, erfunden hat sie Lego. Lego setzt sie nicht ein. Lego hat sie 20 Jahre lang patentiert und nirgendwo benutzt. Dann ist das Patent ausgelaufen und die anderen Hersteller, wie zum Beispiel auch Megakonstrucks, benutzen die seitdem regelmäßig und gerne. Nur Lego nach wie vor nicht. Wenn einer von euch weiß, warum das so ist, wie Lego zu dieser Entscheidung gekommen ist, warum die das nicht benutzen, obwohl sie es eigentlich erfunden haben, schreibt es mal unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Ja, also hier passiert wirklich bei jedem Schritt einiges und wir verbauen immer einen ganzen Schwung Teile. Nur bisher ist das wirklich eine ganz schön wabbelige und wackelige Geschichte hier. Also ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Es ist eine ungewöhnliche Art, hier das Ganze zu bauen. Ich denke mal, dass wenn das Teil hier reinkommt, wo man meist bei anfängt, wenn man sowas baut, wird das ein bisschen mehr Stabilität kriegen. Aber momentan ist das wirklich noch so eine Sache hinlegen, drauf aufbauen, nach Möglichkeit nicht anheben, sonst fällt einem da wieder was auseinander. Ihr seht es hier selber. Und das liegt nicht daran, dass die Teile keine gute Klemmkraft haben. Also die sind, was das angeht, komplett über jeden Zweifel erhaben. Das ist wirklich die Bautechnik, die hier momentan noch ein bisschen schräge ist. Wobei man sagen muss, das ist bei diesen 3-in-1-Sets, gerade hier aus der Unlimited Ideas Serie, nicht ganz unüblich, weil die ja hier Teile nutzen, die auch für was anderes mit nutzbar sein sollen. Wobei meist das ursprüngliche, also das erste aus diesem Set, da ein bisschen weniger auffällig ist, weil da die anderen Sachen drauf aufbauen. Also das ist okay, die anderen werden wahrscheinlich ein bisschen kurioser sogar noch von den Bauarten sein. Wobei hier eine Menge Teile bei überbleiben werden, jeweils bei jedem Bauteil, weil die schon Spezialteile jeweils für die anderen auch mit dabei haben. Und was auch noch ganz witzig ist, vorher war ja hier das der Schriftzug für Unlimited Ideas, jetzt ist es das. Trans Combo, nee, doch Trans Combo Unlimited Ideas. Ja, vorher so, jetzt hier, ganz modern. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel so ein Ding, wo man sich so denkt, hä, was soll das denn? Warum werden jetzt hier zwei von diesen zueinander verbaut? Warum wird da nicht eine 2x2 unten drunter genommen? Das ist halt hier, weil bei irgendwas anderem werden diese beiden gebraucht, aber 2x2 nicht und deswegen wird das jetzt hier mitgebaut, um dann halt diese hier bei dem B- oder C-Bild dann benutzen zu können. Ja, das ist halt der Preis, den man dann für ein 3 in 1-Sets bezahlt hier. So, Bauabschnitt Tüte 1 ist durch, so sei, so Bauabschnitt, so Bauabschnitt Tüte 1 ist durch und so weit sind wir gekommen. Und wir sehen auch, der kriegt eine gute Größe hier, so sieht er jetzt unten drunter aus und der ist jetzt auch stabil geworden. Interessante Bautechniken, halt teilweise dem geschuldet, dass man das mehrfach verwenden muss, das Ganze. Aber optisch sieht es gut aus. Ach, der Breite hinterher, das ist übergeblieben, das ist aber nicht im eigentlichen Sinne über, das sind Teile, die braucht man wahrscheinlich beim B- oder C-Bild hinterher. Und wir haben hier noch einen schönen Teile-Trenner wieder dabei, den klassischen alten von den Leiten noch, den ich persönlich lieber mag, als das Ding von Cuman, das ist Silberner, was da teilweise auch bei bei ist. Der hier, der taugt eigentlich ganz gut, mit dem kann man gut arbeiten. In Tüte 1, wichtig. Andere Hersteller sind ja immer so clever, das teilweise in die letzte Tüte zu packen, ist super, dann haben wir eins zur Hand, wenn man es auseinanderbauen will. Würde sogar bei dem 3 in 1 Set auf eine verquere Art und Weise Sinn machen, Tüte 1 ist natürlich besser aufgehoben. So, jetzt werden wir uns hier Tüte 2 schnappen und auf die Tellerchen verteilen und dann geht es weiter. Ja, wir alle wissen ja, Farbabweichungen gehören mittlerweile bei allen Herstellern zum guten Ton und auch Cuman macht da keine Ausnahme. Ihr seht, das wird auch verschiedene Weißtöner haben. Hält sich noch im Rahmen, aber Farbabweichungen sind definitiv da. Wir sind jetzt hier bei Bauschritt 41 und ich wollte euch mal gerade zeigen, wie das hier mit der Front gelöst ist. Und zwar wird das hier über diese Gelenke gelöst, das Ganze. So wie es hier, man sieht es von der Seite, ist das hier reingesetzt. Man baut dann halt hier so das Teil, sogar so mit Transblue, um hier gleich den Scheinwerfer so ein bisschen darzustellen. Und das wird dann hier reingeklickt und nimmt dann schön so diese Frontform auf. Das finde ich eigentlich echt gut gemacht. Hier 90 Grad Baurichtungsumkehr und schon haben wir hier eine schön sportlich wirkende kurze Schnauze. Also das haben sie wirklich sehr gut gelöst. Finde ich eine tricky Bautechnik, eine tricky Bautechnik, die sie hier angesetzt haben. Finde ich gut. Macht allgemein auch sehr viel Spaß zu bauen. Also hier ist eine Menge Hirnschmalz drin, halt auch um mit den Teilen zurecht zu kommen, die man für die Modelle B und C auch braucht. Aber trotzdem sieht es nicht aus, als wenn man Kompromisse gemacht hätte. Also das Design von dem Fahrzeug ist stimmig. So, Tüte 2 haben wir auch fertig und sieht schon nach Auto aus. Hinten hier schön die Pommes-Theke dran gebaut. Knackigen Hintern hat er schon gekriegt. Sieht gut aus. Dann haben wir hier die Klarsichtteile. Einmal hier diese Seitenpanels. Sind von einer klassischen Qualität soweit okay. Ja, ist halt hier so Raucher-Lunge-Grau. Dann hier die Windschutzscheibe. Leichte Kratzer drin. Da sind jetzt hier aber auch schon Footfinger von mir, von meinen Fettfingerchen drauf. Aber im Rahmen, würde ich mal sagen. Also da kann man mit leben. Und was das Durchgucken angeht, gut, ja, hier ein Mikrokratzer drin. Da sieht man es. Aber ist okay, würde ich mal sagen. Also da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Nein, ansonsten überpolieren. Ein bekannter von mir hat mir hier ein Zuschauer, mittlerweile lieber Freund, hat mir einen Tipp gegeben. Kunststoffreiniger, den habe ich mal bestellt. Werde ich die Tage mal mit euch zusammen ausprobieren. Ob das hilft hier bei diesem Klarsichtssachen. Weil das mit diesen Mikrokratzern und auch größeren Kratzern ist ja allgemein mittlerweile ein Problem. Eigentlich durch die Bank bei allen Herstellern. Auch beim großen denen. Und wenn man da mit leichten Mitteln Abhilfe schaffen kann, ist das hier nicht verkehrt. So, jetzt bauen wir hier mit Tüte 3 das Ganze fertig. Ja, da haben wir fertig hier unseren Speed King. Und ich muss sagen, der Speed King von Cuman, der sieht im Endeffekt mehr nach Königseck aus, als der Königseck von Lego. Aber das ist meine Meinung. Es ist ein bisschen Geschmackssache. Aber ich finde eigentlich, dass die hier Proportionen und Formen sehr gut gelöst haben. Insgesamt sind hier 86 Teile übergeblieben, die halt für die anderen beiden Bauoptionen hier vonnöten sind. So, dass der hier gute, naja, 60 Teile ungefähr mehr hat, als der Königseck von Lego. Was die Aufkleber angeht, da ist halt wirklich das Problem, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier den Roboter baut, dann werden hier Sachen beklebt, die hier in diesem Bild ohne Aufkleber sind. Und wenn ihr dann hinterher den hier baut, könnte das gegebenenfalls auch miteinander kollidieren. Und wenn ihr die Sachen dann beklebt habt und ihr wollt den wieder bauen, dann wird der bunter werden als jetzt. Momentan hat er vier Aufkleber. Dann wird der den ganzen Schwung im Aufkleber mehr haben. Ist ein bisschen unglücklich. Auf der anderen Seite wären mehr Teile dabei gewesen. Wäre es wieder ein Euro teurer geworden. Ja, keine Ahnung. Schreibt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Fragt mal eure Kinder, ob die ein Problem damit haben, dass hinterher Sachen beklebt sind, dass dann hinterher der hier bunter wird beim zweiten Mal bauen. Oder würden die das einfach wieder abknibbeln? Oder würden die die Aufkleber eh nicht drauf machen? Wie seht ihr das Ganze, die Problematik? Lieber ein Euro mehr dafür die Steine mit dabei? Oder lieber den günstigeren Preis und die Aufkleber eh eine Tonne? Ja, ist halt ein doofes Ding, aber hilft nicht anders. Die haben es jetzt so gelöst. Müssen wir jetzt erstmal mitleben. Ansonsten finde ich hier den Wagen sehr gut. Der gefällt mir echt gut. Ist auch so, dass man eine Minifigur reinpacken kann. Dann nimmt man das hier raus. Schwupps. Hebt das Cockpit ab und dann kann man da einen reinsetzen. Dann machen wir das Cockpit wieder drauf. Schwupp. Also wirklich keine Hexerei. Leicht zu bedienen. So sieht er unten runter aus. Stabil ist er. Also der hält auch den Spieleinsatz definitiv stand. Ich finde ihn klasse. Er hat mir eine Menge Spaß gemacht zu bauen. Qualität der Steine. Ja, ist human. Braucht man glaube ich nichts weiter zu sagen. Klar, sich teilen leichte Kratzer, aber schön klar. Vier Aufkleber hier jetzt drauf. Erheblich mehr, wenn man ihn das zweite Mal baut, nachdem man die anderen beiden gebaut hat. Das sind die Teile, die halt für die anderen noch über sind. Tja, was gibt es da noch zu zu sagen? Eine Menge Bauaufspaß erwartet einen hier in der Packung. Ich werde ihn jetzt nicht mehr wieder auseinander bauen. Dafür gefällt er mir zu gut. Vielleicht baue ich die anderen beiden irgendwann jetzt in Ruhe nochmal, sodass ich sie im Laden hinstellen kann, dass man sich alle drei dann angucken kann. Aber nicht in diesem Video. Das ist nämlich an dieser Stelle jetzt hier zu Ende. Ich danke euch, dass ihr hier wieder die Zeit aufgebracht habt, mich hier auf meinen Baueskapaden zu begleiten. Ach übrigens, wenn ihr am Wochenende nichts vorhabt und irgendwo im süddeutschen Raum wohnt oder in Österreich, irgendwie rund um Wien oder so. Ich bin am 21.8. in Wien in der Klemme. Der Markus, der feiert seine Wiedereröffnung mit seinem neuen Ladenlokal und hat zu einem Sommerfestival geladen. Da werden verschiedene Leute da sein. Da wird der Holger sein. Da wird Blockstar sein. Und auch ein paar andere. Der Baumeister und sowas alles. Und ich halt auch. Wird so ein kleines Community-Treffen im kuscheligen Rahmen. Ja, und wer Lust von euch hat und da in der Nähe ist, schau einfach mal vorbei. Kann man mal einen Klönschnack halten. Denn die momentane Situation erlaubt es ja endlich mal wieder, dass man mal ein bisschen rausgeht. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch da aufschlägt. Ansonsten hören und sehen wir bald wieder voneinander. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie gefällt euch das Set? Wie gefällt euch die Idee mit den dreien Einsets? Ist das was für euch? Oder sagt der, nee, also das ist eigentlich mehr was für Kinder. Wie gefällt euch der hier im Vergleich zu einem Speed-Champchen von Lego? Würdet ihr euch den da mit beistellen in eurer Sammlung? Oder sagt er, nee, nur die reine Lehre, nur wo die Dänen ihre Speed-Champions bauen. Das kommt bei mir ins Regal, was anderes nicht. Auch dazu eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen voneinander. Bis bald. Tschüss. Das Licht bei 36,99, falls ich hier Quatsch erzählen sollte. Blende ich es unten nochmal ein. Hinten drauf haben wir dann nochmal alle drei Sets zusammengefasst. Und ich seh gerade, ich kann den ganzen Mist nochmal von vorne einspielen, weil das Lampenscheiß zu euch ist noch an. Äh, Mist. So, neuer Versuch. Hm.